hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von raft ja ihr lieben ihr habt es gerade gelesen nicht das buch hei hat putt gemacht ja beutlichen hat es wieder verpennt gut ich bin die glocke und beutlichen darf wieder ein schandlauf machen ja ihr lieben wir sind fast da und ich bin fast ausgetrocknet ich habe geschafft es bisschen zu sortieren hier drin aber nicht besonders weit gekommen eigentlich können wir doch die dinger kaputt machen oder es müsste doch ich eine ahnung das müsste doch eigentlich gehen das sind zwei entfernt heute mal was machst du da hüpfen ja ist das alles was du tust da habe ich ne was großes das hat funktioniert das ist geschockt ich wusste es was machst du da was kaputt ich probiere nur was aus da kann man da braucht man nicht immer den schandenlauf hinzulegen man experimentiert hat gerne hat keiner gesehen ja so viele ressourcen äh träumchen was hier reinkommt so beutelchen ja beutelchen keine heiköder ne oder beutelchen hat für heiköder geholt ich muss gucken wo wir sind ich muss gucken wo wir sind ne heiköder geholt oha ah verstehe ah insel links voraus wo ist denn links voraus was ist das ich mach grad hier köder was ist das was ist was wir brauchen ein fernglas ich hab zu viele köder ach schluss einen kann ich doch machen was ist das ist das ein berg ein berg ist ein hund ist es ein kanidchen nein das ist ne keule die jetzt brutzelt ah dachtet ihr episch oder so ne nix episch ja ich kann es nicht erkennen das sieht das sieht irgendwie aus wie schnee auf dem berg wo ist denn schnee auf dem berg wo ist denn der berg mit dem schnee links vorne was ist nix vorne warte mal hier oder was ist das fenster da ist ne insel ist sie ein baum land in sücht und hai es ist groß es wird größer es ist groß was alter ich sehe unser fluss nicht mehr denn das ist ein boot es ist ein schiff das ist ein schiff genau nice schiffi ja futt futt witz witz kannst vergessen nein nein witz ich paddel mal und das mich voll kali paddel gefällig schneller alter ich paddel ja noch gar nicht du nichts nutz krasses inventar was total wichtig ist gerade wenn man so nen entdeckung kommt hat wir kommen gut rein wir kommen gut rein äh natürlich ich paddel ja auch gerade nice wir kommen noch besser rein ja man das ist n birdlein Das ist ein Schifflein, man. Ein Schifflein. Komm, wir tauschen. Scheiß auf die Betsy hier, man. Das ist viel stabiler. Zack. Nice. Ich glaube, ich muss gleich einen neuen Sparten machen. Ein schöner Spachtel. Warte mal. Guck mal gleich mal. Butt. Hi. Alles, was da ist, gehört mir. Vergiss es. Ja, komm schon. Aber was machen wir jetzt mit unserem Fluss? Ich würde sagen, wir gehen abwechselnd drauf. Onko? Wurde geankert? Ja. So haben wir hier zweimal Farbe. Ist mir das noch nie aufgefallen? Warte mal, ich hab Durst. Scheiß auf Durst. Es ist ein Boot. Ah, wir tauschen. Da ist auch dieses Holzboot, was durchgeknoppert werden kann. Alter, nicht schon wieder. Was wollte ich hier? Dein Ernst? Wirklich dein Ernst? Ey, wenn ich vorne am Paddeln bin, dann kriege ich ihn da vorne mit. Wieso bist du denn nicht hinten, Beutelmann? Logisches. Rausschauendes. Denk. Das ist, ich glaub das ist gut. Alter, guck dir das an, Mahnbeutel. Was soll denn das hier? Kommt man hier hoch? Oh du, stell auf kreativ. Idiach. Los, stell auf kreativ. Hey, da ist das groß. Mit sehr dramatischer Musik. Oder ihr konnt beide einfach mit rauf. Und das, und wenn er uns jetzt irgendwas kaputt macht. Und was wichtiges, ja. Wo ein Ofen oder eine Kiste mit. Ja, das ist das Blöde daran. Wichtigen Nahrung oder so. Beute, stell dich einfach in die Mitte vom Floß und chill. Beute. Oder Beutelchen kommst zuerst und dann kann Kali zum Schluss gucken. Ja, das dauert ja Jahre. Da ist die Folge ja schon längst vorbei. Meine Leute müssen warten oder wat? Nö. Ja, dann komm. Meine Leute müssen nicht warten. Meine Leute wollen sehen. Dann komm mit deinen Leuten. Kommt drauf. Beute mal, schön ins Wittchen stellen und lausche auf, ja? Das ist nicht die Mitte. Wo ist die Mitte? Die Mitte. Am besten du gehst unten hin. Bodennah. Oh, was ist das? Das ist nicht die Mitte. Das ist... Beute. Wie scharnisches Teil. Können wir uns vielleicht beiden wieder bauen? Mein Augekiller hat und meine Hände sind so kalt. Das ist so... Haaaar. Erfrischend. Ähm, ich hoffe, du hast deine Mütze dabei. Das könnte relativ dunkel werden. Jo, Mann. Und mein Inventar ist voll. Ich komme. Warte mal, wo kommt meine hier hoch? Wariegel, ich bin vorne hingelaufen und hochgeklettert. Ich habe eine Notiz. Oh, wieso komme ich überhaupt mit mal, du? Ich habe gar nichts ab. Außer gleich ein Hai bis. Juhu. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, guck mal, Holz. Wichtig. Das brauchen wir. Da brauchen wir bestimmt reichlich vom. Warte mal, ich bin... Ah! Warte mal, warte mal. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Keine Panik. Juhu. Guck mal, hier ist ein Helikopterlandeplatz. Wo ist der Heli, Mann? Heli A. Ja. Komm ich hier so hoch? Die Tür ist von innen verriegelt. Eine Schweinerei und da liegt was auf dem Tisch. Warte. Hallo. Warte, Babi, ich glatze schon wieder. Das ist eine Scheiße. Da konnte man auch nicht schreien. Wieso ist hier kein Wasser drin? Was ist das hier? Okay. Ah, verdammt. Könnte das vielleicht doch funktionieren? Wartet mal. Alles klar. Eine Kugel hast du gefunden? Ah, so. Eine Kugel, das war eine Flasche. Und wo ist die Kugel jetzt hin? Die können wir jetzt bauen. Eine Flasche. Eine Kugel. Komm. Vielleicht auf den Regal nach oben? Ja. Was ist das? Oh Gott. Habe ich mich gerade erschrocken? Kommst du weiter höher? Guck gerade wo und wie. Ja, komm doch her, Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Fress Brett, Mann. Ja, komm her. Warte mal, ich will dich einsammeln. Hab Hunger. Alter, ich habe hier delikates Fleisch, Mann. Alter. Delikates, das Walz. Jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Ah. Irgendwie muss man doch hochkommen. Mal weiter. Ja. Da kannst du auch schreien, wenn der Heil tot ist. Ich hasse es. Ich hasse meine Tastatur. Ich hasse sie. Ich hasse sie, wirklich. Das mit dem dämlichen Rennen und Spring ist die Hölle. Wieso, hast du eine Stelle gefunden, wo man eventuell... Ja, hier könnte man eventuell hochkommen. Ich könnte. Wohin? Oh, ich bin hochgekommen. Wohin? Vorne. Da, wo der Helikopterdings ist, da kann man aufs Dach... Da ist noch ein Ratty... Ratty... Von innen verriegelt. Wie säubern das nur alles für Beutelchen, ne? Genau. Dann kann sie ganz alleine rauf. Darf sie gar nicht. Hatte ich gerade eine Ruckel drin? Ja, ich glaube, ich hatte gerade eine Ruckel drin in der Aufnahme. Ist eigentlich gerade eine Ratte drin? Oh, ja! Was? Ich bin ein Zehr, Baby. Und bist du ein Zehr? Warum? Weil ich gesprungen bin. Von hinten. Ich bin ein Zeh, ich bin ein Zeh tiefer. Wow! Aua! Warte, hab ich gehört. Alter! Halten wahrscheinlich sehr viel aus, ne? Ja. Juhu! Riesengroße Betten! Also bei mir ist es, ist, ist... Wenn es so weiter geht, sterbe ich. Ja. Ist ja fast wie eine Insel halt. Irgendwelche Inselfiecher. Halten schon was aus. Oh, hier geht's weiter runter. Ich glaub, das ist... Die Tür hab ich aufgemacht. Ja, an der anderen Stelle. Also hier oben nichts. Ich komm hier nicht weiter. Die Tür ist auf, du kommst hier rein. Wo komm ich rein? Unten bei der Bar, wo wir gerade waren. Ich bin noch ein Zehör. Sind wir mal mit? Gleich bin ich der... Baby. Der Käpt'n, ja? Das vergessen. Doch, gleich bin ich... Der Brücke. Nichts, ich verhunger gleich. Ja, das ist die. Ah, frag mich mal. Ich hab auch kein Essen dabei. Wie kann man denn und so... Wie kann man reinkommen? Gar nicht. Alles verschlossen hier oben. Oder gibt's ne Treppe nach oben? Von unten. Ich glaub, hier gibt's noch ne Treppe nach oben. Dann komm ich mal runter. Weil hier sind wir ja hochgehöbelt. Hier unten hast du aufgemacht, oder was? Ja. Uh, safe. Wir werden reich. Alter! Komm her! Ja, komm doch her, Mann! Komm her! Alter, du bist hier rein gekommen. Was? Nennt, die Ratte ist rein gekommen. Benötigt ein Kot. Na super. Schöne Treppe nach oben? Ich bin einmal nach unten gegangen. Aber hier... Auf dem Bereich hast du schon alles abgescheckt, ne? Überall, wo die Türen auf sind, ja. Denkst du, ich relatsch jetzt rum und gucke, ob Türen auf sind? Alles klar, ich muss zurück zur... Jetzt sie, ich hab Hunger. Rottung. Oh, gut. Meine Rettung. Schlüsselkarte. Nice. Kann ich mit der Schlüsselkarte zum Save? Hier oben ist der Ratte. Nee, warte mal, warte mal. Ach, Ratte. Ratte, warte, 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 das ist so schnell. Du benötigst einen blauen Schlüssel. Ah, die hat oben Spaß, kann das sein? Die spawnen wieder, die kleinen Scheißer. Nein. Du musst auf den Tisch rauf. Oh, okay. Boah! Der beißt in den Sessel hinein. Sehr schön. Ein Wagenheber benötigt. Ich geh erst mal runter, ich muss erst mal was essen und mich auftanken. Wo ist denn unser... Bleib? Hätte Kiste. Grüner Schlüssel? Und dann darf Beutelchen mit rauf. Oh, jetzt muss keine Heerattacke. 0451. Ist das nicht ein sehr berühmter Code? 451? Wie ist der Eck? Der was? Alles in Ordnung. 0451. 0451. 0451. Walscher rum? 045... Ba-bap-bap-bap-bap! Man kann das jetzt steigen. was haben wir hier im schutz der nacht das sieht doch ganz 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 schick aus bei dem bahn das werde ich mir alles offline durchlesen ja so langsam kommt ja mal da also der hei ist hier alter du kleiner rosen scheißer hat auch fein gekämpft prima beutelmann ernst leistung runter glaube ich komme ich noch nicht wurzeln guck dir guck dir mal die schenken beutelmann guck dir doch mal die saftigen dinge an hier alter die spawn immer wieder von ekelraten aber auf der treppe ist man sicher treppe erstmal ich muss mich erstmal heilen gut ja ich brauch so langsam was zu essen es kommt runter doch nicht so safe da alter du kleiner husen scheißer oh nein hochschaft freigeschaltet ich muss raus ich sehe nichts meine lampe ist kaputt ich rette ich rette dich nicht ist das doof Kali Hilfe warte hi Kali Hilfe was soll ich denn machen rennen wo geht es hier raus spring einfach rüber die Brüste Aaaaah geht nicht spring ich glaub meine dings ist auch kaputt jaaa alter ich brauch was erstmal zu machen spring du musst da vorne warte mal bist du dich grad da runtergepluft ja hi 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 juhu alter da muss man wirklich so zu mehreren person rauf und können wir jetzt auch ein Schiff bauen am besten ein Schlachtschiff n nee nee können wir leider nicht wir werden wahrscheinlich nur uns einen Motor bauen können richtig geil alter keine Fischeintopf war anscheinend lecker so ich packe auf jeden Fall noch paar Rattenfleischstücke rein damit Beutelchen auch ein bisschen kosten kann ich hab noch nicht gekostet erstmal nur raufgeschmissen so Rattenfleisch packe ich mal hier hin Kali komm kosten ok warte liegt im Dings drin Anzeigen oh ich hab grad Steine reingepackt oh mh köstlich ey ein Traum Beutelchen dann bist du dran dann darfst du auch mal aufs Bödlein ich glaub sie wird sterben echt hammer harte Ratten da Riesen Dinger Beutel Riesen Dinger Apropos Bär mitnehmen. So, Seil und Oh, ich habe mir gleich mehrere Spiegel irgendwie gemacht und ich glaube ich nehme mir was zu essen mit. Beutemann! Ach ne! Elia, Mann! Nimm deinen Kopf da raus. Ich habe eine rohe Kartoffel, Mann. Ach, Kartoffel. Das bringt nichts. Ich nehme erstmal die 20 Schüsse. Genau. 20 Schüsse nehmen mich mit. Batterie und Schrott. Ja, nimm. Haben wir auch. Warum nicht? Nimm doch mal, das ist... Das kann doch nicht alles Kunststoff sein, oder? Dann lass liegen. Scheiße. Lass doch liegen, Beutemann. Lass doch einfach... Kali, hier drinnen. Im Dings unten. Hast du wieder eine Mütze. Da, wo die ganzen Items sind. Wollen wir da nochmal rein? Ja. Ich gehe auch alleine. Kann Beute mitkommen. Eh. Man kann Beute sich das Schiff ein bisschen angucken. Wir waren oben noch nicht und unten. Da bekommen wir jetzt den Motor zusammen. Dann frag sie. Beutelchen, willst du mitkommen? Nein. Alles klar, Beutelchen. Du bist in Baden-Hausse. Dann gehe ich ihm dann. Dann werde ich wohl mitkommen. Warte. Nee, 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 nee. Dann komme ich mit. Na, das wollen deine Zuschauer ja auch sehen, ne? Also dann, hopp, hopp. Auf Garantie. Ja, warte doch mal. Ich muss hier erstmal... Ich habe getrunken und jetzt muss ich hier wieder vollfüllen und dann nehme ich mir auf jeden Fall Hapa Hapa mit. Alter, wie oft noch. Und zum Zweit sind wir wesentlich besser dran als einzeln. Ja, dann sollten wir da echt zusammen durch. Warte mal, ich will was Großes einpacken. Warte mal. Ein Großes? Beigroße. Bedeon! Nun komm. Wo ist er denn? Auf dem Boot schon. Schiff. Sorry, Schiff. Aber ich habe nur noch... Ich brauche nur einen Speer. Der ist noch nicht mal Hälfte mehr. Hast du einen Speer gemacht? Mh. Hier ist aber noch ein guter drinnen. Also ein vordergrüner... Achso, ja, dann nehme ich... In deiner Kiste oder so. Ja, das habe ich... Stimmt, den habe ich auf Vorrat gemacht. Dann nehmen wir den erstmal. Das ist erstmal fertig. Ich müsste... Dann können wir uns auch ein Motor bauen. Ich will ein Schiff. Dann bleib hier. Dann bleib hier. Dann bleib hier. Kannst du ja so tun, als ob du Welt-of-Warship-stockst. Ich muss aber irgendwie oben reinkommen. Ich muss ans Lenkrad, man. Ich muss ein bisschen am Lenkrad drehen. Gefühl für dieses Schiff kriegen. Warte mal! Ja! Warte mal! Ja, ich bin da! Bin da! Bin da, Mann! Bin da! Sehr schön. Was? Pferdeln wir uns! Pferdeln wir uns! Pferdratten! Brauchen wir aber so einen Dingsdarheber. Keine Ahnung. Wo sind sie? Ich habe keine Leuchte. Ich habe die Leuchte nicht mitgenommen. Ist das dein Ernst? Ja, ich glaube, du hast beide gemacht. Ich habe sie nicht mitgenommen. Mann! Ich lup lup! Bleiben wir eh zusammen. Bleiben wir eh zusammen. Ich bräuchte das Bier. Ja, soweit war ich auch hier. Ja. Lass uns erstmal den Großen rum. Hier bin ich ja schon lang gegangen. Ja? Ja, hab ich ja. Ja, ja. Hier ist nichts mehr. Dann habe ich hier die Tür geöffnet und ab hier heißt es dann an dem Wagen, ähm, benötigt ein Wagenheber. Ja, dann. Warte. Hör ich was atmen? Ja. Es geht noch weiter höher. Ja, hab so ein Captain-Dingsbums. Du weißt schon. Wunderschlüssel. Hab ich. Ja, natürlich. Badezimmer. Kann man hier irgendwie Seife mitnehmen? Ey, hier bleiben und sich ein schönes Leben draus machen. Alter, warte. Warte, warte, Mann. Los, lass Wasser ein. Und mach Blubberbläschen. Warte noch mal. Hatte. Arschloch. Warum eigentlich immer ich? Arschlochteil, ey. Da, von hinten. Warte mal, hier machen wir auch auf. Jetzt haben wir hier. Lotiz. Fortschritts bricht über die Info, babababab. Hier ist eine fette Kiste. Oh, scheiße. Oh, Feuerzeug. Warte mal, bin ich voll? Nun, weiter höher. Was ist hier? Hinten? Eine Kiste. Ja, weiter höher. Okay. Yeah! Bombe? Ja, Sperrbombe, Mann. Mal eine Bombe machen? Aber uns fehlt jetzt so einiges. Gugelt mich. Unten brauchen wir einen blauen Schlüssel. Entweder haben wir sehr schlecht geguckt. Was ist mit außen? Außen sind wir auch noch nicht lang gelaufen. Ja, ja. Doch, hier vorne war ich schon. Die Ratte will sich einen Film angucken. Oh, sei sie mal. Ach! Ratte! Ratte! Hin und... Au. Natürlich. Ich schon wieder. Du hast es vielleicht, ne? Ja. Hier waren wir gerade. Was haben wir übersehen, wir? Bombe. Rangheber. Und blaue, blaue Karte brauchen wir. Nach oben kommen wir eh nicht. Geh mal außen lang. Ja, ich geh auch außen lang. Nicht, dass ihr... Guckt, da ratte mich wieder. Da geht's aber noch runter, ne? Aber da warst du schon. Ja. Da hat sie mich jetzt registriert. Ich hoffe nicht. Alter! Alter, waaat? Die Arschgeige, die... Da ist noch ne Kiste. Ja, hier ist ja versperrt. Wegen dem Wagen. Da braucht man einen Wagenheber, um da ranzukommen. Ja. Also du wirst erst ein Wagenheber. Und ich glaube, der Wagenheber wird wahrscheinlich unten sein. Wieder ne Ratte gehört. Ja, die ist ja. Die spawnen hier immer irgendwie. Und hier hab ich... Hier ist... Hier waren wir. Hier hab ich auch. Hast du unten dann... Guckt? Dann gucken wir unten nochmal. Müssen wir ja sowieso. Ist es schon runter? Nein. Gar nicht. Du hast doch gesagt, du bist unten. Weil da runter geht's ja nicht, ne? Doch. Echt? Da kommen wir nicht rein, weil wir da ne blaue Karte brauchen. Ja. Häutchen. Alter. Aha. Achso. Ich wollte gerade sagen, da waren wir noch nicht drin, aber geht ja nicht. Erst ein dickes Täubchen und jetzt holst du sich nen ganzen Hai. Weiter runter. Otter. Otter. Ottertottertottert. Ottertottertottert. War auch immer die Treppe ist. Über hier. Aber... Ah, hier. Da ist schon wieder ne Ratte. Ist ja schon wieder ne Ratte. Vielleicht hab ich hier irgendwas übersehen. Hier gehts noch weiter runter. Ja, da war ich. die trifft man irgendwie so bescheuert oder vielleicht haben ja die schlüssel karte schon ja aber dann ist das doch oder kalli kalli muss ran das könnte auch sein die ganze das ganze ökosystem aus probier du mal ob du hier lauer schlüsse wird benötigt was denn ratte was ist hier vorne hinten ja was ach jetzt war ja hochgesprungen ich habe ich ja irgendetwas übersehen ja bis dann wieder nur durchgerannt war klar und da wird hier ist nichts da ist eine ratte auf dem flur ein pferd aber eine ratte in safe habe ich geknackt ja der vielleicht ja liegt ja der insel irgendwie keine ahnung oder du musst eine bombe bauen der tür hier kann keine bombe bauen oder hab ich auch die einzelteile raus geholt bombe 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 vielleicht irgendwas in den texten was ich mir nicht durchgelesen habe also da ist ja der der das ist der 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 das Rettungsboot? Im Boot? Ein Rettungsboot? Beigeguckt haben wir jetzt hier überall? Eigentlich schon. Ist hier eine Ratte gerade gewesen? Ähm, ich weiß nicht, oder? Das warst du mit dem Essen. Dann hat es sich sehr merkwürdig angehört. Und hier haben wir auch geguckt. Darunter bin ich auch gelatscht. Hm. Vielleicht ist das Rettungsboot ja unter Wasser. Könnte möglich sein. Man tauchen muss. Warte, da sehe ich was. Was? Wo denn? Ja. Alles klar, wir müssen tauchen. Weil? Ich einen Teil gefunden habe für das, äh, für den Motor. Aber ich würde sagen, wir werden das in der nächsten Folge machen. Hui. Ne? Gut, ihr Lieben. Dann bedanken wir uns für das Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.